Ich wünsche euch fröhlichen guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde Riesow of the Vikings. Ähm, wir sind wieder am Farmen. Und... Hey, wo der Willi ist? Na, wie sein? Komm, ich mach's da hin, wo du bist. Ich hab die Cordis gesendet. Ja, du musst mir mal die Höhe sagen, auf welcher du bist. Ja, äh... Weil, wenn die Cordis an, komm ich gar nicht so weit, um mich runter zu haben. 11. Hey, wieso kommst du nicht so weit, was? Hier sind Zombie-Geräusche, die machen mir Angst. Wie, du kommst nicht so weit? Ja, hier oben, wo ich bin, muss ich mich dann irgendwo in die Wand graben, da hab ich keinen Bock drauf. Hab dir nichts anderes übrig, ne? Hey, du kannst doch oberhalb laufen, bis zu den Cordis und dann... ...dich runtergraben. Denk mir hier noch ein paar Dinge ins. Kann ich jetzt MLG machen? Nein, aber nicht. Diamond bin so allein. Komm doch bitte. Komm doch bitte zu mir. Alter, es kann nicht sein, dass ich schon so lange gegraben hab und noch keinen einzigen Dia gefunden hab. Auch in den... Ja, aber ich hab's nicht die richtige Strategie. Ich hab genau die richtige Strategie. Ist noch echt ein bisschen lächerlich. Also, wenn ich gegraben würde, ich find immer... ...Diamonds. Zwar in den letzten... ...80 Let's Plays. Immer so. Wenn ich gegraben hab, immer einen Diamonds gefunden. Ja, klar. Irgendwann fiel bei dir auch Diamonds. Bisschen lächerlich, ne? Ich glaube, in jeder Folge mindestens einen Dia. Naja, genau. Da kannst du ja die alten Folgen nochmal angucken. Was ist das hier? Ach, cool, Alter. Aber ich benutze die effektivste Methode, die es eigentlich gibt. Und das ist... Werkbaumethode. Ja, hier, die Strip-Mining mach ich. Ja. Yo! Und da sind sie doch! Eins, zwei... LOL! Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Zwei nur. Och, man. Es hätte doch nur ein weiterer sein müssen. Ein fucking weiterer. Ach, scheiße. Ist das ärgerlich. Naja. Was soll man da machen? Alter, wie viele Reds noch nicht hier finde? Aber jetzt hab ich auch ein paar. Ja, ich hab schon fast einen Stack. Och, das ist doch lächerlich. Da findet man... Dir, Ada. Und dann sind das zwei. Zwei. Hey. Ah. Hast du irgendwie die Dir-Rarität hochgestellt oder so? Kann man aber auch gar nicht verstellen. Ja. Braucht man einen World-Builder? Ja, dafür braucht man einen Seed, glaub ich. Entweder einen Seed oder... ...du bist einfach... ...verhält mit World-Hinted und World-Guard und sowas... ...und machst dann da in den Optionen von... Da geht aber schon ein Seed einfacher, ne? Das musst du aber zugeben. Ey, find ich so nicht. Da hat man immer nur an einer Stelle vier Diamanten und mehr nicht. Ah, ich hab auch Wertchen hier. Hast du die erst? Eins. Ja, dann sind wir doch fertig. Drei. Vier. Freu dich doch mal, du Arschloff. So, dann sind wir ja jetzt zweitig. 23 gebratenes Fleeeeesch. Ey, wie, jetzt sind wir fertig? Ja, mehr brauchen wir zu. Ja, ich komm jetzt trotzdem noch zu dir. Ich bin eh nur 20 Blöcke entfernt. Ja, ist doch gut. Ich muss jetzt erstmal nach Wasser suchen. Ja, warum geht's dir in guter Augen? Hm, ich sprich mal langsam bei ein paar Menschen. Hast du ne Wasserquelle zwischendurch getroffen? Ich? Ja. So, ich hab jetzt 12 Dias. Ich will Zivilisation. Wenn der Timer mal drangeht. Junge, du hast doch Hacks an. Komm, lüg mich nicht an. Wie viel Dias hat der Junge? Ich hab 12. Hast du nicht einmal? Es geht nicht mehr meinen, Alter. Ich hör dich graben, Timer. Hör dich. Der hat gehackt. Ja, für 11, du auch? Ne, ich bin jetzt wieder hochgegangen. Um Wasserhut zu holen. Dann lässt du mich wieder im Stich oder was? Oh! Ich hab mir doch, dass die Lava ist. Ja, du bist schwer. Also, wenn du dich bei den Koordinaten runtergegangen hast, wo ich gesagt hab, dann ist ja kein... Ach, da ist der Enderman. Netter Enderman. Netter Enderman. Netter Enderman. Ich tu dir nichts. Au! Nein, der Enderman. Das war der Creeper, nicht ich. Ich hab nur noch... ...dreieinhalb Herzen. Die Explosion gehört, aber ich weiß nicht, wo du bist. Alter, zu viele Zombies. Und Creeper und Spinnen. Komm hier hoch, komm hier hoch. Enderman, Enderman. Du hast dich irgendwo hochgegraben? Ja, ja. Aber ich komm jetzt wieder. Ich muss nur grad Wasser mitnehmen. Ja, Skeletten kommen weiter halt. Alter, fuck it. Ich bin völlig zerstört grad. Köstlicher Fisch. Ich kann mich nicht mehr heilen. Wo bist du? Ja, ich hab Essen. Ja, ich hab Essen dabei. Das ist jetzt selber Essen. Ey, ich brauch... Alter. Ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Ja, ich hab ja gesagt, ich komm zu dir, aber du musst es ja mitgehen wieder. Ja, ich brauch das ja. So, ich bin wieder... Ich schreib mich jetzt wieder, Sven da unten. Ich bin jetzt gleich wieder da. Aber du doch nicht hochgekommen bist. Äh, doch. Also, ich bin kurz hochgekommen, um Wasser zu holen. Schloch. Ja, wir brauchen jetzt obsidieren. Ja, hier ist ja ein riesen Navasee. Ja. Mach mal die Spitzhacke. Timor, gib mir bitte was zu essen. Eine Billsuppe... Null! Es packt rum! Mein Wasser ist weg! Ja, du musst es da draufsetzen und nicht in die Lava rein. Ich hab's nicht in die Lava rein. Ich hab's da hingesetzt. Glaub ich dir nicht. Ich hab's da hingesetzt! Ja, deswegen ist es auch weg. Man sieht's im Video! Ja. Willi, Willi. Was ist das denn für eine Scheiße? Man, mein, mein, kann's im Video... Alter, halt's mal rüber. Äh, Teil mal. Willi, Willi, Willi. Alter, ach man, das ist doch Bullshit! Ich hab's da drauf! Ich hab's da drauf! Scheiß Minecraft! Hallo, bist du sicher, dass das Minekraft schuld war? Ja, bin ich sicher! Ähm... Ey, du hättest mir auch ein bisschen mehr Nahrung geben können, ne? Ja, ich hatte nur noch die Pilzsuppe und ungebratenes Fleisch, deswegen geh ich jetzt selber auch nochmal hoch. Hä, bau doch nen scheiß Ofen da hin! Gib mir die... Dann gib mir doch die Spitzhacke! Du hast doch... Hast du jetzt Wasser oder nicht? Ja, ich bin doch gerade am holen! Oh, das dauert ja nur 5 Sekunden. 10. Ja. Machen wir mal 30 draus. Kuiper! AHHHHH! Ja, du hast mir keinen Nahrung gegeben! Ich hab dir Nahrung gegeben, nur du hast vorher nicht gesagt, dass du keine Nahrung dabei hast. Sonst hätte ich mir mehr mitgenommen. Ich hab ja genug Pilzsuppen gemacht. Echt, so lächerlich, Timer. Wer Typ es einfach nicht einsehen kann, dass er die Fehler macht. Warum hab ich denn die Fehler gehabt, wenn du mir... Wenn du so euistisch bist und mir ein bisschen Pilzsuppe da gibst? Hä, ich hab genug Essen gemacht, du hättest dich einfach nur aus der Truhe nehmen müssen. Wie hast du überhaupt so viel Essen, Alter? Was ist los mit dir? Ja, ich hab ja gesagt, das Hungerproblem ist gelöst. Und durch Angeln kriegt man viele Fische und sowas. Ja, Hungerproblem ist noch alleine nicht gelöst. Doch, für dich nicht. Das ist ja alle Frage. Jetzt, wir haben doch nicht mal was mehr Holz! Ich hab genug Holz. Ja, gib mir bitte zwei. Ja, so nen Stick. Ich bin mitten im Waldwagen. Alter, der Junge nimmt sich auch nie was mit, ne? Ich hab genug. Ich hab eins. Wie soll ich mir da was mitnehmen, wenn ich tot bin? Hä, nicht wenn du tot bist. Du hättest dir vorher auch was mitnehmen können. Ja, hatte ich doch! Und dann bin ich gestorben! Alter, wie der ausmacht. Ja, wo sieht's doch an seinem Inventory. Alter. Wie er sich aufregt, nur weil er kein Essen hatte. Ja, das ist so lächerlich. Wie hast du ja ganz... Wer ist ja gar nicht so egoistisch gewesen. Ich hab mitnehmen und dann... Ja, du hast ja ganz schön geschehe. So die Vikings im ersten Krieg... Ja... Was hab ich... Wie ich hab nichts gemacht? Ja. das ist richtig weil ich genug gold habe das richtig aber als ich oben war war kein essen in der truhe doch da war ich aber nicht mehr oben da war ich nicht mehr oben hast du jetzt genug essen oder nicht ja natürlich habe ich genug essen junge das eine ich brauche jetzt meine ich brauche jetzt eine scheiß dia spitzhacke ja ich komme unter den schnelleren weg nach unten da werden die treppe gebaut ich weiß nicht mehr wo es runter geht doch weiß ich dann komm wieder hoch und nein ich geh jetzt runter ich geh jetzt runter wenn ich von euch und wieder stirbst ja ich baue wenigstens ein weg wie die den an den zu nutzen jetzt mehr essen gegeben bräuchte man kann safe weg das ist bisher die beste folge so jetzt guck bitte wo ich das wasser hinsetze ich hab wasser im eimer bei mir nicht guck doch bei mir ist der eimer leer ja was ist das denn für ein bug komm wir gehen mal hoch willst du mich verarschen och mann was ist das denn für eine scheiße entweder hast du das wasser von fünf drücken entfernung genommen das dann wieder rausgepackt wird das gibt es da auch oder keine ahnung was ja es wurde mir die ganze zeit angezeigt und ich hab's jetzt das zweite mal alter ist deine wende treppe nervig ist aber nervig aber ist schnell wenn man runter gehen will man muss sich ständig den selben weg merken an simplicity so jetzt geh ich mit dem eimer einmal dran zack und bei mir ist jetzt wasser drin ja bei mir war eben auch wasser drin ne am besten machen wir zwei da haben wir ne unendliche wasserquelle unten bitte bitte und gib mir bitte die schwitzsacke die schwitzsacke hauptsache das backt mich rum und wasser dann nicht mehr haha ne haha 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 Alter ich hab genug eisen jetzt kann ich mir endlich meinen am bus machen ja jetzt darfst du den am bus machen ja von meinem eigenen eisen gemacht ach jetzt machen wir hier noch aufteilung oder was Alter das geht noch zu weit soll ich jetzt sagen sind meine eigenen mühchen das beste eisen ist ja deins weil du das ja brauchst um deine sachen damit zu bauen ich wollte das nicht weg gehen aber jetzt geht es mir wirklich an kragen mir auch so ein bisschen also das verstehe ich jetzt nicht ganz was das jetzt hier für eine einstellung ist das sind unsere truhen das ist unser eisen unser diamant aber du meintest du kommst nicht damit hin wenn dich da was nehmen würde mit deiner farm weil du das ja geholt hast um deine farm da zu bauen wenn ich das dann für andere ich hab das nicht geholt für meine farm ich hab das geholt für uns aber ich hab's dann für die farm benutzt und ich hab dir gesagt ich brauch unser eisen um die farm zu machen fürs erste und da deine farm wichtiger ist das ist mein Amboss und da ihr ja nicht unbedingt wollt dass ich den Amboss mache hab ich dann selber eisen geholt ja ich bin aber für uns und unseren Amboss machen kannst ja ok unseren Amboss ja das stimmt so 4 Obsidian wir brauchen 8 ne hast du jetzt geklappt mit dem Wasser einmal oder noch nicht ja doch habt ihr geklappt wir brauchen 8 Obsidian ne äh mehr nä 2 nä ja äh 10 oh jetzt hast du Obsidian Farm dauert ewig jaja das ist richtig ja das ist in die Hölle zu gehen ach die Hölle das ist nicht mehr Schlimmes Hölle 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 einfach kacke wenn man da einmal runterfällt verbrennt man direkt den Alaba Killerbund hier fehlt n Block das hat die Hölle so angeregt ja den Eichenblock kann ich aber selber hinsetzen nur dann keiner diese komischen Typen da angreift ist eigentlich alles cool aber jetzt haben wir die Pigmen da kann man richtig schön Gold mit farben bei denen ja ja und Experience fahren wir auch ich würd lieber die nicht angreifen bis erster würd ich sagen wenn wir genug Rohstoffe haben können wir die schon angreifen ja ich würd sie ich würd sie gar nicht angreifen weil die lohnen sich einfach nicht das Gold muss man da rausbekommen das ist eigentlich echt wenig wenn man ne Mob haben baut das ist nochmal was anderes aber so einen noch letzter und ja 10 Stück ich hab's doch so nice ich hab's doch die 10 wo mein Amboss fertigstellen hey wo war denn diese scheiß Windeltrippe warte ich beeil mich ich beeil mich ich beeil mich kannst du mal ein Feuerzeug bauen Timer ok ich hoffe wir haben Flint Flint oh wir haben nur einen Flint ja perfekt hui 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 hua 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 so was kommst du Keller bauen ich brauch das Eisen ey was für Eisen ja was denn offen drin ist ich stell's jetzt einfach mal hin ich war in der White Branch so das sah so aus für das Sinnoh hey nice Wolle oh der Amboss ist fertig ich hab jetzt mal so gar nicht Wikinger-like hier so ein paar Liegen gemacht Timer guck mal Timer komm bitte zünd bitte an Timer guck dir erstmal das an wie der See alter Timer schnell zünd bitte an wisst er an hinten ja aber die ich bin dafür wir ersetzen die äh Dreckslöcke ja ist ja jetzt erstmal egal durch äh Goldblöcke ja soll ich machen? ja haben wir ja genug Gold aber das Gold brauchen wir ah ne können wir ja erstmal so ersetzen eigentlich als Hobby das warum mein egal ja die Goldblöcke können wir dann abbauen wenn wir Gold brauchen und dann dazu brauchen machen ne könnte er machen muss man nicht aber Eisblöcke? Gold hat er doch gesagt oder? ja Goldblöcke aber wir haben nicht genug Gold oh mach raus Kohle, Dia, Gold und Eisen alter bei mir hängt es da ja ich glaub weil ich ins Nether reingegangen bin alter ich bin richtig kack gespawnt ok da muss ich nochmal zurück aber ich seh schon Quarz ja da ist das Quarz da ist es Lostrum brauchen wir auch naja erstmal Quarz für mich ich? du meinst für uns? für uns meine ich natürlich Wilber, du das gefällt mir nicht an der Art nicht ich mein damit damit ich das verwenden kann um unsere Hühnchenfarm zu bauen ok Leute hol ich unsere Angeln aus unserer Truhe raus um unsere Angeln zu einer super Angel zu machen so äh ich brauch Stein oh Haltbarkeit 3 Glück des Meeres 2 und Köder 2 eine komplette Angel pfff Gott halt Entschuldigung dann geht die Folge eigentlich schon äh die ist gleich vorbei Alter ich hab so weit sobald ich das Quarz geholt hab ist es vorbei so das soll ich hab die Ultimative angehlt Ah die gib mir die Ultracombo lass doch noch mal schlafen gehen ich bin grad ok aber wenn die Weißer jetzt gerade abwesend ich hab aber schon Quarz gesehen also dauerts nicht lange Alter Slack des Todes grad oh ne pfff Alter hätte man das gesehen oder wüsste man was ich gerade gedacht habe dann wär schon peinlich aber ihr werdet's nie erfahren an ihm Freunde ihr werdet's nie erfahren ja außer ihr geht 50.000 Daumen nach oben und dann sag ich euch was grad passiert ist schlaue Menschen können sich vielleicht sogar erschließen aber ich glaub solche Zuschauer haben wir nicht Spaß obwohl er guckt das ja gar nicht guckt nur Dark Souls Dark Souls Dark Souls Souls Volk äh Volkörler Spiel וא�g Abdullah 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 Allah 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 wie macht man immer wie macht man den jetzt wie macht man jetzt den komparator ich habe schon raus alles gut ausprobieren geht über studieren ich komme nicht rein habe ich jetzt nicht so lange in der hölle verweilen schon aus dem grund weil wir weil die folge jetzt zu ende ist woran kommst du nicht wieder war so jetzt so ein kleines psychisches problem ja danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal ich hoffe euch hat die folge gefallen wir haben jetzt alles zusammen für die einzigartige hühnchen farm und der timer hat seinen ambass bekommen keterbohne hat wundervoll an dem haus weitergearbeitet habe ich noch gar nicht zu betrachten habe ich noch gar zu gelobt sieht schon ziemlich geil aus mit so kleinen liegen da brauchen wir doch so palmen oder irgendwas in der art wir wollen den palmen mod ja stimmt so mal die vorne haben wir uns auf jeden fall noch bei einem mod na ja eigentlich ist es ja nur zufällig oho reiner zufall reiner zufällig reiner zufällig ach ja jetzt schon gesteht er als junge boah alter der war es weiß doch der vater von ach von öh 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 er ist ja ne leute wer gemeint ist ja ja kämpf jetzt gegen einen skeletten im doppelten f5 modus also sucht mal ruhig euer zufall im internet und dann wisst ihr wer gemeint hey warte was brauche ich jetzt noch sticks hier ok gut äh wie gesagt tschüss bis zum nächsten mal bisschen länger leider die folge geworden aber 22 Minuten ist auch noch in Ordnung. Extra Folge, freut euch doch. Extra Folge, ich schreibe extra extra drauf und dann ist schön. So, tschüss. Tschüss.